Hallo, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Lassen Sie uns über die Rule Engine reden und wie sie Ihnen bei der Steigerung Ihrer Betriebseffizienz helfen kann. Integrierte Sicherheitssysteme erfassen kontinuierlich Ereignisse, von denen viele einen Handlungsbedarf auslösen. Während einige Ereignisse eine manuelle Intervention erfordern könnten, brauchen andere Standardaktionen, die auf bestimmte Situationen zugeschnitten sind. Milestone X-Protect kommt mit einer integrierten Rule Engine. Diese Rule Engine ermöglicht das Automatisieren einer Reihe an Sicherheitsfunktionen und die Steigerung der Betriebseffizienz durch die Minimierung des Bedarfs an manuellen Interventionen. Die Rule Engine von X-Protect basiert auf einer vielseitigen und zeitgesteuerten Logik. Das bedeutet, dass selbst Ereignisse wie Verbindungsverlust, Bewegungserkennung, Videoanalyseerkennung und selbst ein voller Festplattenspeicher Aktionen auslösen können, wie zum Beispiel PTZ-Kontrolle, Datenabruf vom lokalen Speicher, Hinzufügen eines Lesezeichens sowie das Archivieren von Videos, die als einmalige oder wiederkehrende Aktionen eingerichtet werden können. Die Rule Engine ermöglicht Ihnen das Anpassen der Aktion auf Ihre Anforderungen und deren Anwendung auf ein bestimmtes Ereignis. Sie können beispielsweise die Kameraeinstellungen für einen Tag- oder Nachtbetrieb optimieren oder die Videoqualität oder Bildrate der relevanten Kameras erhöhen, wenn es zu einem Vorfall kommt. Externe Anwendungen von Dritten wie Videoanalysen, Zugriffskontrolle und Eingaben von IoT-Geräten und Sensoren können problemlos über das MIP-SDK mit der VMS integriert werden und die Rule Engine ermöglicht den Austausch von Ereignissen und Aktionen zwischen den integrierten Systemen und dem VMS. Die Rule Engine kann auch verwendet werden, um verschiedene Arten von Benachrichtigungen wie E-Mails, SNMP-Traps oder Benachrichtigungen an das Milestone Customer Dashboard auszulösen. Das ermöglicht Ihnen die Anpassung Ihrer Videoinstallation an Ihre spezifischen Anforderungen, während gleichzeitig die richtige Sicherheitsebene aufrechterhalten wird. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Milestone-Vertreter vor Ort oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website. Wenden Sie sich für weitere Informationen auf www.blogent.de